Hallo ihr lieben Kreativen, heute möchte ich euch mal wieder ein bisschen von meinem Bullet Journal zeigen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war ziemlich faul, was das Ganze hier angeht. Ich habe zwar immer meine Termine und so eingetragen, aber dekoriert habe ich jetzt nicht ganz so viel. Und nachdem ich das Album letztens im Livestream gebastelt habe, hatte ich noch so viele Sachen davon über. Und davon sind einige Sachen hier reingewandert. Ja, und ich kann ja noch mal so ein bisschen so einen Rückblick einfach machen. Also hier hatte ich meinen Index, meinen Key. Hier habe ich, wie ihr seht, eine Seite von YouTube. Da hat sich auch irgendwie so gar nichts getan. Also weder in der Ideenseite noch irgendwelche Favorites, die Abonnenten-Golden. Ja gut, das ist ja für das Jahr. Hier habe ich dann die Zahlen auch nicht eingetragen. Das muss ich auch unbedingt mal nachholen. Ja, dann meine Nähprojekte sind auch alle in Stocken gekommen. Davon habe ich auch noch nichts umgesetzt. Also weder den Rock, den ich mir fürs Lab machen wollte, noch das Mönchkostüm für meinen Mann. Und auch die Hose für meine Freundin noch nicht. Dafür habe ich fleißig Serien geguckt. Die habe ich aber nicht reingeschrieben. Diesen Film habe ich immer noch nicht gesehen, weil ich mich immer noch nicht herantraue. Ja, hier hat sich auch noch gar nichts getan, weil ich da einfach noch gar nichts gemacht habe. Und mich jetzt auch nicht weiter informiert habe. In letzter Zeit waren so viele andere Sachen in meinem Leben wichtig, dass ich das hier alles so ein bisschen vernachlässigt habe. Ja, und leider auch meinen Sport, nämlich meine Abnehm-Tabelle. Die, ja, wie ihr seht, habe ich sie gar nicht geführt. Und ich brauche sie auch nicht führen, weil sie bleibt immer hier oben irgendwo. Ja, ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Hier im Januar habe ich noch ordentlich Sport gemacht. Und auch hier habe ich gar nichts eingetragen. Das letzte Mal am 24.01. Und ja, habe auch keinen großen Sport gemacht. Von daher, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, dann war ja hier jetzt mein Januar. Da hatte ich sehr viel mit Stempeln gearbeitet und die dann ausgemalt. Und ja, hier habe ich meinen Geburtstagskalender. Den blättere ich mal schnell weiter, weil hier stehen halt eben auch einige persönliche Namen drin. Ich halte es mal so ein bisschen zu. Und ich habe halt hier einfach nur dann oben Geburtstage und habe das dann halt mal dementsprechend eingetragen. Ja, meinen Mealplaner benutze ich tatsächlich auch überhaupt nicht mehr. Und auch, wie ich es eine Zeit lang gemacht habe, dass ich es immer dran geschrieben habe, was ich gegessen habe. Den Tag habe ich auch nicht mehr gemacht. Also auch die Shoppinglist werde ich in meinem nächsten Bullet Journal nicht brauchen, weil ich mache das alles mit meiner App übers Handy. Da kann ich direkt den QR-Code scannen von den Sachen, die ich kaufen will. Und ja, ich schreibe es sowieso nicht hinein, aber die Seite war trotzdem ganz süß. Ja, der Februar, da hat sich auch einiges getan. Also Termine hatte ich immer genug, aber ja, auch meine Memories, wie ihr seht, sind noch leer. Ich habe aber einige Fotos auf dem Handy, die ich dann hier reinkleben möchte. Aber ich finde, die gehören sowieso nicht so unbedingt hier rein, weil sie doch persönlich sind und meistens halt Bilder sind mit Freunden. So, hier habe ich dann meine neuen Stifte mal ein bisschen ausprobiert. Und zwar hatte ich mir diese hier gekauft. Dann, die hatte ich euch auch gezeigt in irgendeinem Hole. Dann, diese beiden hier, das ist hier alles so für Handlettering. Das hier ist ein relativ normaler Stift. Der hat halt so eine breitere Mine. Aber ich habe euch die, glaube ich, auch alle gezeigt. Und dann eben diese hier, die haben so verschiedene Stärken. Und mit denen habe ich dann hier diese ganzen Äste mit Blättern gemalt. Und das ging so eigentlich den ganzen Februar und auch jetzt hier in den März hinein, wo ich dann immer wieder solche Ranken hier gemalt habe. Ja, und hier geht es jetzt los, wo ich halt wirklich komplett faul war. Und dann, ja, hier immer nur Aufkleber oder die Stanzformen mir rausgemacht habe und dann eben aufgeklebt habe. Ja, hier war meine Zeit auf der Kreativa. Dann, ja, hier, wie ihr seht, das ist halt alles aus diesem einen Set, was ich so schön fand. Und, ja, hier dann die Seite. Ja, hier war mein Geburtstag. Und hier ist ein Geschenk und da habe ich mir was reingemalt. Und ich habe was richtig, richtig, wirklich mega cooles Geschenk gekriegt. Das kommt aber erst im Mai, Anfang Mai. Und, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass in der Rubrik On Tour, dass ich da ein paar Videos auch von meinem neuen, ja, von meinem Geschenk halt mache. Genau, so. Ja, hier seht ihr da der April, auch hier diese Seite. Ich mag das total gern. Die Idee gefällt mir gut. Aber irgendwie vergesse ich immer, Sachen reinzuschreiben. Also, selbst wenn ich Ideen habe, dann setze ich die gleich um und schreibe sie halt nicht rein. Das ist immer ein bisschen schad eigentlich. Ja, und hier seht ihr jetzt quasi meine Woche. Und, ja, am Freitag habe ich mich hingesetzt und habe Flüge rausgesucht für den Jakobsweg. Im Juli wird es wieder losgehen. Und dieses Mal werde ich mit meiner Freundin zusammengehen. Und ich habe schon mit ihr gesprochen und wir werden auf jeden Fall auch Videos machen unterwegs und werden euch dann, also entweder werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin, ein komplettes Video machen. Leider hat ja jetzt YouTube entschieden, dass man keine Live-Videos vom Handy aus mehr machen kann, wenn man nicht 1000 Abonnenten hat. Das ist ein bisschen schade. Deswegen werden Live-Sachen auf jeden Fall wegfallen. Aber vielleicht werde ich einfach abends so eine kleine Sequenz aufnehmen und die dann hochladen. Das kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie ich dann eben meine, wie mein Internet so ist. Obwohl letztes Jahr war ja wirklich sehr, sehr gut der Internetempfang auf dem ganzen Weg. Und ich habe auch genug Kapazität, um da was zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ihr werdet auf jeden Fall was von mir hören oder ich werde wieder, wie beim letzten Mal, Videos vordrehen sozusagen und die dann eben planmäßig online kommen lassen, sodass ihr dann trotzdem Unterhaltung habt. Ja, und dann kommt jetzt theoretisch schon die Zukunft, sage ich jetzt mal, so die nächsten Tage, was ich hier so mache. Und auch hier so für die Osterzeit zum Beispiel, habe ich dann hier, ja, schon ein paar Sachen reingeklebt. Hier, da hatte ich mich verschrieben und deswegen musste ich dann das Memories auf so ein Zettelchen machen und habe das dann gedacht, ach, das sieht so langweilig aus, beglitzerst du. Und dann sah es hier total dreckig aus durch dieses Glitzer. Das war echt schade. Aber na gut, ist jetzt wie es ist. Ja, dann habe ich aus Spanning, Quatsch, aus China meinen Stempel bekommen, auf die ich schon gewartet habe. Und zwar sind das hier solche, wo man dann einmal so eine Spalte hat für die Wochentage. Also entweder fängt man mit dem Sonntag an oder mit dem Montag. Ich fange immer mit dem Montag an. Und dann hat man hier eben wirklich, egal an welchem Tag die Woche anfängt, für jedes Ding hat man ein Teil. Also das ist ganz praktisch und dann braucht man es immer nur drunter stempeln, nur gucken, wann fängt der Monat an, hat der 30 Tage oder nicht. Wenn nicht, kann man es zukleben oder eben danach vorsichtig abwischen. Und dann stempelt man es einfach nur drauf und das erspart extrem Zeit, weil ich habe ja das bis vorne, ja, immer mit der Hand geschrieben. Und das hat halt ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und so ist das natürlich zweimal gestempelt, fertig. Oder dreimal, wenn man den Rahmen noch dazu macht, habe ich aber auch nicht immer gemacht. Ja, so hier ist dann, wie gesagt, jetzt auch noch nichts groß dekoriert. Ist ja auch noch gar nicht dran. Das war ja jetzt eigentlich nur bis, ja, bis hier, ne? Genau. Und wie ihr seht, das ist hier jetzt auch noch nicht dekoriert. Das werde ich die Tage aber auf jeden Fall noch machen. Und irgendwo dazwischen habe ich, glaube ich, eine Seite, die ich auch noch nicht, genau die hier, da werde ich mir auch noch mal irgendwas überlegen und werde, glaube ich, irgendwas reinkleben. Weil ich bin sowieso nicht so gut im Zeichnen und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, was reinzukleben. Also manche mögen das ja gar nicht in ihr Bullet Journal, irgendwas reinkleben. Ich finde es aber echt praktisch, einfach was reinzukleben und dann eben, auch wenn man nicht zeichnen kann, trotzdem eine schöne Seite zu haben. Ja, das war's theoretisch schon mit meinem Bullet Journal. Wie ihr seht, ist es nicht viel passiert. Ich muss das hier auch noch alles ausmalen und, ja, noch ein bisschen dekorieren. Und mich ein bisschen motivieren, hier auch wirklich mal ein bisschen aktiv zu sein, weil es wirklich schade ist. Diese Seite ist dann so ein bisschen vergoldet, wenn man da nicht wirklich mal was reinschreibt. Ja, ihr Lieben, das war ein relativ kurzes Video zu meinem Bullet Journal. Der Jakobsweg, den habe ich mir eingetragen. Wahrscheinlich wird es Anfang Juli, Mitte Juli losgehen. Das steht noch nicht so hundertprozentig fest und wenn es aber soweit ist, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten. Genau. Ja, und dann komme ich auch schon zum Thema mit den nächsten Videos, die ich so machen möchte. Und zwar möchte ich auf jeden Fall, ihr hattet euch, ich hatte mal unter einem Video gefragt, ob ihr denn mal sehen möchtet, wie ich meinen Rucksack so packe, was ich alles so mitnehme und so. Und es gibt natürlich schon viele Packlisten-Videos auf YouTube. Ihr habt es euch aber gewünscht, dann mache ich es natürlich. Und ja, das habe ich mir so für die nächsten Tage auf jeden Fall vorgenommen. Was war noch? Was war noch? Irgendwas war noch und das habe ich jetzt wieder vergessen. Genau. Ja, achso, ich wollte euch den Rock euch zumindest mal zeigen, wie weit ich bisher bin. Ja, das ist halt schwierig, den zu filmen, während man näht, weil man muss immer Teile zurechtschneiden und dann macht man sie wieder dran, näht sie fest, dann schneidet man wieder Teile aus. Also das ist halt so ein Rock, der aus mehreren Lagen quasi entsteht. Und ich habe auch noch nicht alle Sachen, die ich dafür brauche und momentan auch ehrlich gesagt nicht so richtig die Motivation, weil das Wetter ist gerade so richtig schön. Und ich möchte eigentlich nur raus an die frische Luft und ja, auch mich schon ein wenig vorbereiten auf den Jakobsweg. Ihr habt es vielleicht gesehen, am Freitag bin ich verabredet, dann treffe ich mich mit meiner Freundin und ihrer Family und dann machen wir einen Tagesausflug. Und da werden wir dann schon mal ein bisschen trainieren. Vielleicht mache ich da auch ein kurzes Video zu. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen, das habe ich mir vorgenommen. Und ja, ich schaue mal, vielleicht mache ich was, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich möchte da ganz frei sein und mich da nicht unter Druck setzen. Deswegen lege ich mich da jetzt noch nicht fest. Genau. Ja, was aber demnächst auf jeden Fall kommt, ist wie gesagt ein Packvideo. Ich habe auch tatsächlich schon eigentlich alle Sachen, die ich brauche und die ich mitnehmen werde, in meinem Rucksack tatsächlich. Sie sind tatsächlich schon drin und der Rucksack steht unten, damit ich halt, ja, wenn ich dann mal losziehe, irgendwo hin, dass ich den Rucksack auf jeden Fall mitnehme. Und mein Rücken und alles auch schon ein bisschen an das Gewicht und so weiter gewöhne. Genau, ihr Lieben. Ja, dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch eine kreative Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video mit der Packlist. Ciao. 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 Ciao.